In diesem Video gucken wir uns an, welche ETFs langfristig die besseren Alternativen zum MSCI World Index sind. Wie im Intro schon angekündigt, soll das heutige Thema sein, welche Alternativen gibt es zum MSCI World Index. Aber bevor wir damit überhaupt starten, möchte ich euch hier noch einmal kurz sagen, was euch in diesem Video erwartet. Wir gucken uns gleich nämlich erst einmal an, warum ist denn der MSCI World Index überhaupt so beliebt, warum investieren da so viele, was sind aber auf der Kehrseite die Schwächen vom MSCI World und warum bin ich auch gar nicht so ein großer Fan von diesem ETF. Und dann, na klar, das ist ja auch das, was heute der Kerninhalt sein soll, was für Alternativen gibt es dann zum MSCI World. Und dann, na klar, auch ganz wichtig, damit ihr auch einen Mehrwert aus diesem Video ziehen könnt, welcher dieser alternativen ETFs, die wir hier heute vorstellen, ist dann für dich der richtige, weil es gibt halt nicht diesen einen ETF, der für alle Anleger der richtige ist. Und das geht ein bisschen bei uns so in dieser Finanz-YouTube-Szene unter. Sehr, sehr viele empfehlen da ja den MSCI World ETF. Und das ist so die Allheil-Lösung quasi, die da geboten wird. Aber ich finde, so leicht kann man das gar nicht machen. Also es gibt halt nicht diesen einen ETF, der halt eben für jeden Anleger der passende ist. Ich würde sagen, wir starten aber auch an dieser Stelle rein und gucken uns dann auch die erste Frage an, warum ist dann der MSCI World überhaupt so beliebt? Da gibt es meiner Meinung nach so zwei Hauptgründe für. Also zum einen bietet er eine globale Streuung, also ist er recht breit diversifiziert. Und das ist halt eben etwas, wo viele Investoren halt Wert drauf legen, dass man halt eine recht gute Diversifikation hat, damit man halt recht überschaubare Risiken halt eben beim Investieren eingeht. Und dann hat er auf der anderen Seite, obwohl er so breit diversifiziert ist, auch historisch gesehen eigentlich eine recht attraktive Rendite erwirtschaftet. So im Bereich zwischen 7 und 8 Prozent ungefähr liegt da so dieser Erwartungswert aus der Vergangenheit. Und das sind halt eben zwei Punkte, die halt erstmal für den MSCI World sprechen. Aber da ergeben sich dann jetzt auch zwei Fragen draus. Also er ist halt eben beliebt wegen dieser globalen Streuung. Und da ist jetzt die Frage, doch ist der MSCI World eigentlich aus Diversifikationszwecken überhaupt der richtige ETF oder gibt es da nicht sogar noch bessere Alternativen, wenn halt Diversifikation im Vordergrund stehen soll? Und dann auf der anderen Seite, wenn man den MSCI World halt eben kauft, um damit primär Rendite zu erzielen, dann ist dann klar die Frage, die sich daraus ergibt, ist denn der MSCI World überhaupt der richtige ETF, wenn man langfristig die Rendite optimieren möchte? Und diese zwei Fragen, das werden hier heute so diese Kernfragen sein, die wir heute klären möchten. Dafür müssen wir erst einmal reingucken, was genau macht der MSCI World. Und dafür habe ich hier mal Screenshots mitgebracht von dem größten ETF, den es auf diesem Index gibt. Das ist von iShares hier einer und da sieht man wirklich, wie beliebt er ist. Es sind insgesamt 65 Milliarden investiert in diesen ETF und das halt eben aus diesen zwei genannten Gründen. Wie ist dieser ETF aufgebaut? Hier sind insgesamt circa 1500 Unternehmen drin in diesem ETF und das Ganze halt verteilt in 23 Industrieländern. Und das ist jetzt auch schon dieser Punkt, den finde ich nicht ganz so schön beim MSCI World. Aus dem Namen geht nämlich eigentlich hervor, dass man wirklich global investiert. Aber wie man hier schon lesen kann, wir sind tatsächlich nur in 23 Industrieländern investiert und da fehlen mir zum Beispiel dann halt einfach die Schwellenländer. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Hier seht ihr jetzt eingeblendet einmal die Aufteilung nach den Regionen. Und da sehen wir, wir sind halt einfach sehr, sehr stark in den USA gewichtet. Das finde ich persönlich auch gar nicht problematisch. Aber wir sind hier halt eben fast mit 70 Prozent in den USA gewichtet. Das muss man halt eben wissen, wenn man diesen ETF kauft. Die zweitgrößte Position ist dann Japan mit ungefähr 6 Prozent, das Vereinigte Königreich mit ungefähr 4 Prozent, Frankreich, Kanada, Schweiz, Deutschland und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, insgesamt sind nur 23 Länder enthalten. In welchen Branchen wird jetzt investiert? Das ist zum Großteil einmal der IT-Sektor mit circa 24 Prozent. Dann ist es der Finanzbereich mit ungefähr 15 Prozent, Gesundheitsversorgung mit 12 Prozent. Und auch die Unternehmen, das sind halt die großen bekannten Unternehmen, die wir auch in den meisten Indizes ja halt ganz oben an der Spitze sehen. Also das sind so klassische Unternehmen eben wie Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, also quasi Google, Tesla, Broadcom und mittlerweile auch Eli Lilly. Die ist jetzt eher neu aufgestiegen in diese Top 10 Position. Was ist jetzt hier aber spannend? Also viele kaufen ja den MSCI World, um halt eben bereit gestreut angelegt zu sein. Und jetzt haben wir schon festgestellt, wir sind erstmal nur in 23 Ländern investiert. Und das geht meiner Meinung nach halt eben noch besser. Und die Top 10 Positionen haben eine Gewichtung von ungefähr 20,69 Prozent. Also auch darüber muss man sich bewusst sein. Ja, wir haben zwar insgesamt 1500 Unternehmen fast drin in diesem ETF, aber alleine die Top 10 Positionen machen davon schon über ein Fünftel aus. Also darüber muss man sich halt eben bewusst sein. So, ich bin nämlich der Meinung, das geht noch besser. Und da habe ich euch jetzt auch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das hier zum Beispiel der SPDR MSCI ACWI EMI Index. Und an dieser Stelle sage ich es auch nochmal ganz wichtig, na klar, das hier ist auch keine Anlageberatung. Ich möchte hier nur einmal insgesamt auf diesen MSCI World eingehen, weil ich glaube einfach, dass viele den einfach blind kaufen, ohne genau zu wissen, was denn die Stärken und die Schwächen vielleicht von diesem Index sind. Und nur diesen Zweck, also das soll ein rein informatives Video sein. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle möchte ich es halt erwähnen, ist es na klar keine Anlageberatung. Wir blenden euch auch noch hier mal parallel den Risikohinweis ein. So, jetzt aber zurück zu der Alternative. Das ist hier der ACWI, also der All Country World Index, EMI, Investable Market Index. Und warum finde ich den jetzt tatsächlich spannender? Ja, einmal, weil wir noch breiter gestreut sind. Also wir haben hier circa 3.000 Aktien in dem ETF drin. Im MSCI World hatten wir circa 1.500. Also halt einfach nochmal doppelt so viele Unternehmen, die hier mit gelistet sind. Und was ich jetzt auch spannend finde, wir sind auch in 23 Industrieländern, also genauso wie im MSCI World, aber wir sind zusätzlich auch noch in 24 Schwellenländern weltweit investiert, so dass wir halt insgesamt in 47 Ländern investiert sind und nicht nur in 23. Was gefällt mir auch noch? Im MSCI World, da sind wir ausschließlich in Large Caps, also wirklich in großen Unternehmen von der Marktkapitalisierung und in Mid Caps investiert. Die Small Caps, die fehlen aber zum Großteil im MSCI World. Was sind Small Caps? Das sind halt Unternehmen, die eine kleine Marktkapitalisierung an der Börse haben. Und meiner Meinung nach dürfen die auch nicht fehlen in so einem breit gestreuten ETF. Und die sind hier halt eben in diesem ACBI-IMI-Index enthalten. Gucken wir auch hier einmal uns die Ländergewichtung an. Hier sind wir na klar auch primär in den USA investiert. Wie gesagt, für mich an sich auch gar kein Problem. Aber wir sind hier ungefähr, ja so ungefähr 7% weniger gewichtet in der USA, dafür halt aber auch noch mehr in anderen Ländern. Also auch hier haben wir Japan dann auf Platz 2, Großbritannien, Kanada, Frankreich. Aber was sehen wir denn hier zum Beispiel schon? China. China hat zum Beispiel im MSCI World gefehlt, so wie auch Indien zum Beispiel gefehlt hat. Länder wie Taiwan, Brasilien, Hongkong, Südafrika zum Beispiel. Das sind hier Länder, die ihr noch seht. Die fehlen zum Beispiel einfach im MSCI World. Und die haben wir hier noch mit abgedeckt, wenn wir uns für diesen ETF zum Beispiel entscheiden. Wie sieht das hier mit den Sektoren aus? Das ist ganz ähnlich. Also da tut sich nicht wirklich was im Vergleich zu dem MSCI World. Auch hier ist der IT-Sektor am höchsten gewichtet mit 22%. Der Finanzsektor, so wie im MSCI World, auch dann auf Platz 2 mit ca. 16%. Und dann aber Industrieunternehmen auf dem dritten Platz mit 11,46%. Gucken wir uns auch hier die Top 10 Positionen an. Auch hier gibt es keine großen Überraschungen. Das sind einmal Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla und JP Morgan. Jetzt aber hier spannend. Ich habe es nochmal für euch zusammengerechnet. Die Top 10 Positionen hier in diesem ETF, die machen 16,63% aus. Wir erinnern uns, im MSCI World waren es 20,69%. Das bedeutet, wir sind ungefähr 4% weniger gewichtet in den Top 10 Positionen. Also auch hier sieht man wieder, wir sind halt eben nochmal breiter diversifiziert. Und dementsprechend sollte dieser ETF halt auch langfristig etwas sicherer sein. Und das ist halt ja eben auch einer dieser großen Gründe, warum halt eben viele in diesen MSCI World ETF investieren. Weil man halt eben vermeintlich schon sehr breit investiert ist, ist man da klar auch mit 1.500 Unternehmen. Aber ich habe euch jetzt hier nochmal eine Alternative gezeigt, mit dem man halt eben einfach nochmal deutlich breiter gestreut ist. Gucken wir uns jetzt auch mal die Performance an, weil das ist dann ja auch noch spannend. Geht jetzt diese Diversifikation auf Kosten der Rendite? Und ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben hier den Vergleich seit 2011 einmal. Ihr seht es hier in orange, die Kurve. Das ist der MSCI ACVI, also die Alternative, die ich vorgestellt habe. Und im Blau haben wir den MSCI World Usage ETF. Und da sehen wir, dass der MSCI World 316% in der Zeit gemacht hat an Performance und der ACVI nur 275%. Also auch das muss man hier in der Klart dann auch sagen. Wir sind zwar breiter diversifiziert und haben auch die Schwellenländer mit dabei. Aber das ist zumindest in der Vergangenheit ein bisschen auf Kosten der Rendite gegangen. Und da muss jetzt halt einfach jeder auch für sich klären, ob das für einen in Ordnung ist. Weil wenn ich Diversifikation möchte, dann gehören halt eben auch solche Schwellenländer mit ins Portfolio. Man muss sich halt aber darüber bewusst sein, dass halt eben das historisch gesehen ein bisschen auf Kosten der Rendite gegangen ist. Wenn man aber sagt, mir ist Rendite wichtiger und deswegen findet man den MSCI World dann doch spannender, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bleib dran. Weil wir gucken uns gleich auch noch an, wie man diese Rendite-Stellschraube noch deutlich optimieren kann. Weil da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben im Vergleich zum MSCI World. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich hier noch kurz einmal was zu unserem Kanal sagen. Wir laden hier immer zweimal die Woche Videos hoch. Immer einmal am Montags, Vormittags und Donnerstagnachmittags laden wir Videos hoch. Und die stellen wir für euch, na klar, kostenlos immer zur Verfügung. Und ich bin letztens in der Recherche. Ich habe mir mal die Analytics zu unserem YouTube-Kanal angeguckt. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden, dass von unseren regelmäßigen Zuschauern tatsächlich ca. 60% den Kanal nicht abonniert haben. Und das spreche ich für das ganze Team. Also wir stecken hier wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein in diesen Kanal und bereiten diese Videos vor. Dann wird das von unserem Cutter-Team auch noch geschnitten und hochgeladen. Thumbnets designt. Ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr regelmäßig hier unseren Kanal guckt und einen Mehrwert aus unseren Videos zieht, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Also wie gesagt, da würdet ihr mich sehr glücklich mitmachen, aber auch Mario und das gesamte Team, weil wir hier wirklich viel Mühe uns geben, dass wir für euch einen Mehrwert hier in diesen Videos transportieren können. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber an, wie man an der Renditestellschraube eben noch schrauben kann. Ja, ein Weg, seine Rendite langfristig zu erhöhen, ist zum Beispiel, indem du sagst, mir ist die Länderdiversifikation gar nicht so wichtig. Mir kommt es eher darauf an, dass die Unternehmen, die ich im Portfolio habe, halt wirklich eine gute Qualität haben. Und dazu habe ich hier auch nochmal eine spannende Statistik rausgesucht, weil das Spannende ist, dass wenn wir uns zum Beispiel mal den S&P 500 und auch den Nasdaq 100 angucken. Das sind ja so die bekanntesten US-Indizes, die langfristig halt besser gelaufen sind, zumindest in der Historie, als so ein MSCI World ETF. Und gucken wir uns da jetzt mal die Top 10 Positionen an. Das sind halt auch, wie im MSCI World, eben Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, Elilili, Broadcom und Tesla. Also das variiert, na klar, auch, aber das sind jetzt Stand heute die Top 10 Unternehmen im S&P 500. Nun, was habe ich jetzt hier mal für euch rausgesucht, wie hoch ist denn der Anteil der Umsätze, die in den USA generiert werden, im Vergleich zu den Umsätzen, die halt weltweit erzielt werden. Und bei Microsoft ist es zum Beispiel, 50% Umsatz kommt aus den USA und 50% Umsatz kommt vom Rest der Welt. Bei Apple ist es sogar so, dass nur 36% aus den USA kommen. Bei Nvidia nur 31%, bei Amazon etwas mehr, da kommen 61% des Umsatzes wirklich auch aus den USA. Bei Meta wiederum nur 37%, Alphabet da knapp unter 50%. Also ihr seht das hier. Was will ich damit sagen? Das sind zwar alles US-Unternehmen, aber die sind ja trotzdem international aktiv. Das bedeutet, wir haben gar nicht so ein krasses USA-Klumpenrisiko, wie man das eigentlich vermutet, wenn man jetzt zum Beispiel in den S&P 500 investiert ist, weil die Unternehmen halt so weit global aufgestellt sind, dass sie halt einfach auch gar nicht so von der US-Wirtschaftslage abhängig sind. Weil sollte jetzt die USA eine Rezession rutschen, aber zum Beispiel China hat immer noch einen Ausschwung oder auch Indien und ein Unternehmen wie Apple zum Beispiel verkauft halt auch viele iPhones in China, dann könnte man das damit halt wieder ausgleichen. Also deswegen finde ich es gar nicht so verwerflich zum Beispiel auch in Betracht zu ziehen, zum Beispiel den S&P 500 zu nutzen, zum Investieren, weil man halt auch trotzdem eine gewisse Länderdiversifikation, zumindestens was die Umsatz- und Gewinnströme der Unternehmen angeht, im Portfolio hat. Jetzt möchte ich an dieser Stelle erstmal klären, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, die Frage, warum steigen Aktien oder beziehungsweise auch ETFs langfristig denn überhaupt? Und dafür habe ich euch hier mal so ein Schaubild mitgebracht. Was beeinflusst denn den Aktienpreis? Und da gibt es zwei Hauptfaktoren. Zum einen ist das, das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Punkt, die langfristige Gewinnentwicklung. Bedeutet, wenn ein Unternehmen langfristig mehr verkauft oder auch die Preise erhöhen kann oder die Kosten reduziert, dann kann es halt eben die Gewinne steigern. Und das schlägt sich nach klar auch auf den Aktienpreis nieder. Also das ist meiner Meinung nach der wichtigste langfristige Treiber für die Entwicklung am Aktienmarkt. Das ist halt eben, wie schnell können die Unternehmen die Gewinne steigern. Was ist der zweite Punkt? Das ist die Bewertung, also der Multiplikator, der dann von den Börsenteilnehmern an das Unternehmen gegeben wird. Und wie wird dieser auch nochmal unterteilt? Zum einen zum Beispiel durch die Perspektive, die der Markt auf das einzelne Unternehmen hat. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Unternehmen ist, das halt in der Historie gezeigt hat, dass es wirklich sehr, sehr gut die Gewinne steigern konnte. Und es gibt auch noch viel Wachstumspotenzial oder das Unternehmen hat einfach Alleinstellungsmerkmale, Wettbewerbsvorteile. Dann kriegt so ein Unternehmen halt eben einen höheren Multiplikator, also ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann ist man klar noch wichtig, das sind eher so Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Wie ist die gesamtwirtschaftliche Lage? Davon sind dann alle Unternehmen immer betroffen. Wenn wir in der Rezession sind, dann fallen Aktienkurse halt eben eher. Wenn wir jetzt aber eher in einem wirtschaftlichen Aufschwung sind, in einer Boom-Phase, dann profitieren auch alle Aktien davon. Und dann noch der dritte Punkt, der den Multiplikator mit beeinflusst. Das ist die monetäre Situation und das wird von den Zentralbanken beeinflusst. Also wenn die Zinsen steigen, dann ist das tendenziell eher schlecht für den Aktienmarkt. Wenn die Zinsen niedrig sind, dann ist das eher gut für den Aktienmarkt. Aber diese letzten zwei Punkte, das ist halt wirklich etwas, das betrifft sowieso jedes Unternehmen. Und da können wir als Investoren auch gar nicht so einen großen Einfluss drauf nehmen. Worauf können wir aber einen Einfluss nehmen? Das ist der erste Punkt, dass wir uns Unternehmen ins Portfolio legen, die halt langfristig halt einfach die Gewinne schneller steigern. So, und um das für euch zu veranschaulichen, da habe ich hier einmal ein Schaubild dargestellt. Ich habe hier jetzt einfach mal exemplarisch eine Linie für den MSCI World, für den S&P 500 und für den NASDAQ 100 für euch eingeblendet. Wie ist das zu verstehen? Ihr habt hier einmal auf der einen Achse die Gewinnwachstumsentwicklung und auf der anderen Achse die zeitliche Entwicklung. So, und ihr seht jetzt hier zum Beispiel der MSCI World, der steigt langfristig halt etwas, also da steigen die Gewinne langfristig, so war es in der Historie auf jeden Fall, die Gewinne im Durchschnitt langsamer an, als es zum Beispiel im S&P 500 der Fall ist. Deswegen seht ihr hier auch die gelbe Linie vom S&P 500 liegt über der Kurve vom MSCI World. Und der NASDAQ 100, da war es in den letzten Jahren nochmal krasser, also die Unternehmensgewinne, die konnten halt einfach deutlich schneller steigen bei den NASDAQ 100 Unternehmen, als es beim MSCI World der Fall ist. Und dann habe ich da immer nochmal so eine schwankende Kurve drum gesetzt. Das soll quasi stellvertretend hier die Aktienmarktbewertung darstellen, weil das ist ja nicht so, dass Aktien halt einfach wirklich so schnurstracks steigen, wenn halt eben die Gewinne von Unternehmen steigen, dass dann halt auch die Bewertung einfach so sich mit, dementsprechend mitentwickelt. Nein, es gibt ja immer noch diese anderen Faktoren, die ich eben angesprochen habe, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Lage oder auch was machen die Zentralbanken oder wenn es auch auf einmal Kriege gibt. Also das gibt halt noch diese äußeren Einflüsse, die betreffen halt aber, das ist ganz wichtig, alle dieser Indizes. Also von diesen Einflüssen da ist sowohl der MSCI World, auch der S&P 500 und auch der NASDAQ 100 betroffen. Was ist jetzt aber spannend, der NASDAQ 100, der schwankt dann halt oft doller. Also wenn es irgendwelche schlechten Nachrichten gibt, dann ist es schon in der Historie eher so gewesen, dass der dann auch etwas stärker fällt. Der S&P 500 nicht unbedingt im Vergleich zum MSCI World, aber ich habe es hier trotzdem mal in diesem Schaubild so dargestellt. Also das muss man halt eben wissen. Langfristig sind die Gewinnentwicklungen aus dem NASDAQ und aus dem S&P 500 halt eben deutlich den vom MSCI World überlegen, aber auch die Schwankungen können dafür na klar etwas größer sein. Deswegen sagt man ja auch immer, dass Rendite durch Risiko kommt. Was ist damit gemeint? Wenn ich höhere Risiken eingehe, dann erhöhe ich damit auch meine Wahrscheinlichkeit langfristig mehr Rendite zu erzielen. Und das veranschaulicht halt hier eben dieses Schaubild. Also das erste Learning hier in diesem Video und das ist auch ganz wichtig, wenn du das für dich erst einmal verstanden hast. Langfristig ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen der Haupttreiber für Kurssteigerungen und die Entwicklung, diese Schwanken darum. Das können wir als Investoren gar nicht beeinflussen. Das ist halt einfach eben die Makroebene. Also ob halt irgendwie auf der Weltwirtschaftsebene etwas passiert. Dann sind halt aber wie gesagt auch alle Unternehmen davon betroffen. Langfristig ist das, was wir als Investoren aber entscheiden können, welche Unternehmen möchte ich im Portfolio haben. Und da macht es meiner Meinung nach eben Sinn, Unternehmen im Portfolio zu haben, die halt eben schnell die Gewinne steigern können. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an dem Beispiel vom Nasdaq 100 zum Beispiel an. Seit 2004 konnte der Nasdaq 100 nämlich die Gewinne, beziehungsweise noch genauer hier ist es der Free Cash Flow, der analysiert wurde. Also wirklich das, was wirklich dem Unternehmen zur Verfügung steht nach allen Kosten. Und dieser Free Cash Flow konnte seit 2004 ungefähr pro Jahr immer um 12 bis 14 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr steigen. Und dementsprechend ist es, na klar, auch nicht verwunderlich, dass der Nasdaq 100 seit 2004 auch sich so, so stark am Aktienmarkt entwickelt hat, weil es sich halt eben langfristig immer in diesem Bereich um die Gewinnentwicklung einpennen wird. Aber ich habe es ja auch in diesem Schaubild dargestellt, na klar, gibt es auch mal Phasen, da sind wir dann unter diesem 12 bis 14 Prozent, weil wir gerade halt in einem Crash sind wie Corona oder auch ein Russland-Ukraine-Konflikt. Das gibt es, na klar, immer. Aber langfristig werden wir uns immer ungefähr in diesem Bereich einpendeln. Da wird der Index immer ungefähr in diesem Tempo wachsen, wie halt eben auch die Gewinne steigen können. Und das war hier im Nasdaq seit 2004 halt eben ungefähr 12 bis 14 Prozent pro Jahr. Hier auch nochmal anders dargestellt, was seht ihr hier? Die Earnings per Shares einfach addiert von den Unternehmen aus dem Nasdaq 100. Die Grafik startet hier in dem Jahr 2006. Und ihr seht, seit 2006 konnten die Earnings per Share einfach um 1070 Prozent gesteigert werden können. Und das ist, na klar, super, super stark. Das auch nochmal hier im Vergleich zum S&P 500. Wir haben hier Daten seit dem Jahr 2003. Und was sehen wir? Dass die Unternehmen aus dem Nasdaq 100 die Earnings, also die Gewinne seit 2003 verdreißigfachen konnten. Also wirklich sehr, sehr stark. Die Unternehmen aus dem S&P 500 im Schnitt hingegen nur, das ist immer noch super, um das 5,6-fache. Auch bei den Umsätzen konnten die Nasdaq 100 Unternehmen die Umsätze verzehnfachen, die aus dem S&P 500 nur um den Faktor 2,7 steigern. Also deswegen sieht man auch, das ist der Grund dafür, dass der Nasdaq auch in den letzten 20 Jahren halt eben den S&P 500 outperformt hat. Und das ist jetzt hier leider nicht mit in dem Schaubild drin, aber das wäre jetzt nochmal spannend gewesen, der MSCI World im Vergleich. Weil da ist es ganz sicher so, dass der MSCI World halt nochmal schlechter ist, zum Beispiel als der S&P 500 langfristig. So, aber dann kommt jetzt immer so ein Argument. Ja, ist ja schön und gut, dass der Nasdaq halt eben in der Vergangenheit zum Beispiel schneller gestiegen ist und auch der S&P 500 als der MSCI World. Dafür sind die Aktien halt aber auch eben höher bewertet. Und das gucken wir uns jetzt auch einmal an, weil das stimmt tatsächlich. Der MSCI World hat im Schnitt ein Kursgewinnverhältnis von 20,26, der S&P 500 von 24,23 und der Nasdaq 100 von 34,05. Also ja, das stimmt. Die Unternehmen aus den US-Indizes, die sind tendenziell höher gewichtet, also höher bewertet an der Börse, als die Unternehmen aus dem MSCI World. Jetzt müssen wir aber auch gucken, warum ist das denn so? Warum sind denn diese Kursgewinnverhältnisse höher? Ist das vielleicht sogar berechtigt? Dafür komme ich nochmal zurück auf dieses Schaubild. Denn ich habe gesagt am Anfang, bei der Aktienbewertung, da kommt es auch hier auf diesen Punkt drauf an. Und zwar, wie sieht der Markt die Perspektive für das Unternehmen? Und was guckt sich der Markt da immer an? Das ist einmal die Historie, also wie konnte ein Unternehmen in der Vergangenheit die Gewinne steigern? Und auch, was gibt es für Wachstumspotenziale? Und was gibt es auch für Wettbewerbsvorteile, die die Unternehmen haben? Und solche Unternehmen, die da halt eben sehr gut aufgestellt sind, die sind halt eben auch von dem Kursgewinnverhältnis an der Börse höher gewichtet. Und das ist auch gar kein Problem, weil wenn ein Unternehmen schneller wächst, dann wächst es ja auch schnell in die hohe Bewertung rein. Also das ist gar nicht so ein großes Problem, dass die Unternehmen aus dem Nasdaq 100 tendenziell höher von der Bewertung sind, als die aus dem MSCI World. Ja, die Schwankungen sind dann größer, wenn etwas passiert auf der Makroebene. Aber trotzdem, langfristig wachsen die Unternehmen halt eben auch schneller in diese höhere Bewertung rein. Also sehe ich gar nicht allzu groß problematisch an. Hier auch nochmal ein Beispiel jetzt wieder auf den Nasdaq 100 bezogen. Da sieht man halt einfach, warum vielleicht auch hier die Bewertung höher ist. Man sieht hier zum Beispiel, dass einfach fast 60 Unternehmen aus dem Nasdaq 100 in den letzten Monaten Patente in den folgenden Bereichen erlassen haben. Und da sehen wir zum Beispiel, dass halt 36,5% der Unternehmen aus dem Nasdaq 100 oder der Marktkapitalisierung halt eben in den Bereich Natural Language Processing zum Beispiel Patente eingereicht haben. Was ist das jetzt für ein Bereich? Das ist der Bereich künstliche Intelligenz. Also das, was wir zum Beispiel unter ChatGPT kennen. Oder hier zum Beispiel Rarible Technology. Also sowas wie eine Apple Watch, das zählt da mit rein. Was haben wir hier noch? Spacecraft, also sowas wie Satelliten, 3D-Grafik, Virtual Reality, also die Apple-Brille zum Beispiel, die vorgestellt wurde. Blockchain, Big Data. Also ihr seht, es gibt hier ganz, ganz viele Bereiche. Insgesamt sind es 35, so wird es hier genannt, disruptive Technologien, in denen alleine hier diese Unternehmen, diese 100 Unternehmen aus dem Nasdaq 100 stark daran beteiligt sind. Hier auch nochmal anders dargestellt. 78% der Marktkapitalisierung aus dem Nasdaq 100 ist halt eben an solchen Technologien dran, die hier als disruptiv bezeichnet werden. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Bedeutet, na klar, dass die Gewinnperspektive und langfristig halt auch wirklich sehr attraktiv ist. Und wenn wir uns da jetzt im Vergleich den MSCI World angucken, ja, da sind auch diese Unternehmen aus dem Nasdaq 100 drin. Also das sind ja, hatten wir ja in den Top 10 gesehen, das sind gleiche Unternehmen. Sie sind halt aber eben nicht so hochgewichtet. Und es gibt auch viele Unternehmen von diesen 1500 Unternehmen im MSCI World, die halt eben deutlich schwächer sind, die nicht an diesen disruptiven Technologien mitforschen. Das sind halt eher schon ausgereifte Unternehmen, die dann vielleicht dafür mehr Dividende zahlen, aber halt eben langsam wachsen. Und das geht, na klar, langfristig halt einfach auf Kosten der Rendite. So, jetzt gucken wir uns hier noch einmal diesen letzten Punkt an. Also das ist dann, na klar, das will ich auch erwähnen, das ist ganz wichtig, weil das muss man eben wissen. Langfristig gehe ich schon davon aus, dass der US-Markt wahrscheinlich immer noch stärker wachsen wird, als jetzt zum Beispiel der MSCI World. Aber das bedeutet, na klar, nicht, dass wir auch zwischendurch Schwankungen haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier nochmal hervorzuheben. Dafür nochmal dieses Schaubild eingeblendet. Dann ist es immer entscheidend, wie ist gerade die gesamtwirtschaftliche Lage. Das betrifft dann alle Aktienindizes. Und wie ist die monetäre Situation, also was machen die Zentralbanken. Und je nachdem, was da passiert, oder auch noch unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel auf einmal ein Krieg, der ausbricht, das wirkt sich na klar auf die Aktienindizes aus. Und da muss man dann auch sagen, dass die Unternehmen, die eine hohe Bewertung haben, also zum Beispiel die aus dem Nasdaq 100, die halt vom KGV über 30 liegen, dass die dann oft auch schneller fallen. Aber wenn sie sich erholen, oft auch schneller erholen. Das muss man halt eben einfach wissen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich investiere in den Nasdaq 100 oder auch in den S&P 500, ja, das ist potenziell riskanter als eben zum Beispiel, wenn man sagt, ich investiere in den MSCI World. Dafür wird man vermutlich aber auch langfristig einfach mehr Gewinne erwirtschaften. Und da muss halt eben einfach jeder für sich entscheiden, was ist mir wichtiger. Und wie kannst du jetzt für dich entscheiden, welcher ETF denn für dich der richtige ist? Dafür habe ich dir einfach mal drei Fragen mit an die Hand gegeben. Die erste Frage ist, wie wichtig ist dir, wirklich nur dir, Diversifikation? Sagst du, ja, ich brauche wirklich Diversifikation über 23 oder sogar über 47 Länder, dann ist na klar sowas wie der ACWI, IMI für dich ein spannender ETF. Aber wenn du zum Beispiel sagst, nee, mir ist die Rendite richtiger, also das ist auch die zweite Frage, wie wichtig ist dir Rendite? Und wenn du da sagst, ja, Rendite ist mir wirklich wichtiger als Diversifikation, dann könntest du zum Beispiel überlegen, ob der S&P 500 oder der NASDAQ 100 nicht für dich spannender ist langfristig. Und dann die dritte Frage ist, wie viele Schwankungen kannst du aushalten? Und wenn du da sagst, du möchtest möglichst wenig Schwankungen haben, ja, dann bist du vielleicht doch mit dem MSCI World ganz gut aufgestellt oder mit dem ACWI. Wenn du sagst, Schwankungen sind mir aber egal, weil ich weiß, dass Aktien langfristig steigen, dann ist hier vielleicht auch wieder der S&P 500 oder der NASDAQ 100 die richtige Wahl für dich. So, ich fasse jetzt hier noch einmal zusammen. Was sind für mich hier die zwei wichtigsten Learnings, die ich hier vermitteln wollte mit diesem Video? Und das erste wichtige Learning ist, langfristig ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen der Haupttreiber für die Kurssteigerungen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann das zweite Learning. Präferenzen an der Börse sind unterschiedlich. Es gibt nicht den einen ETF, der für alle passt. Und ich hoffe, dass es heute auch aus diesem Video hervorgegangen, dass es halt verschiedene Präferenzen gibt, zum Beispiel Diversifikation, Schwankungsneigungen oder auch Renditewünsche. Und je nachdem, wie man diese Fragen für sich halt eben beantwortet, muss man für sich entscheiden, welchen ETF man für sich dann langfristig im Portfolio besparen möchte. Ich hoffe, dass du hier auch wirklich was lernen konntest. Und wenn du etwas lernen konntest und vielleicht auch schon das zweite oder dritte Video hier auf dem Kanal geguckt hast und noch nicht bisher den Kanal abonniert hast, dann würdest du mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du an dieser Stelle jetzt einmal kostenlos den Kanal abonnierst und auch gerne einen Like hier für dieses Video da lässt und gerne auch einen Kommentar. Und da kannst du gerne schreiben, wie hat dir das Video gefallen und welchen ETF besparst du denn langfristig? Welcher ist da für dich der richtige? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!